Hi, wir sind die Azubis der Sparkasse mit Bookprim. Mein Name ist Marie und ich gebe das Handy weiter an jemanden, der jede Minute nutzt, um zu plaudern. Hi, ich bin Kajan und ich gebe das Handy weiter an den einzigen Jungen aus allen drei Lehrjahren. Hey, ich bin Aaron. Ich gebe das Handy an die Person weiter, die selbst auf den 10. Wecker auf den Schimmermodus drückt. Ich bin Melanie und ich gebe das Handy weiter an eine Person, die einen grünen Daumen hat. Hi, ich bin Philin. Ich bin im dritten Lehrjahr und ich gebe das Handy weiter an jemanden, der sein Essen immer selbst mitbringt. Hi, ich bin Lena und ich gebe das Handy weiter an jemanden, der immer früh auf die Arbeit kommt. Hi, ich bin Julia und ich gebe das Handy an eine Person weiter, die gerne schreibt. Hi, ich bin Sophia und ich gebe das Handy an eine Person weiter, die essen kann, was sie will, aber nicht zunimmt. Hallo, ich bin Katrin und ich gebe das Handy weiter an eine Person, die gerne ein Büro und hätte. Hi, ich bin Viola und ich gebe das Handy weiter an jemanden, dem ständig unangenehme Dinge passieren. Hi, ich bin Nele und ich gebe das Handy weiter an eine Kickboxerin. Hi, ich bin Anastasia und ich gebe das Handy an jemanden weiter, wer seine Ausbildung gerade anfangen wird. Anastasia und ich gebe das Handy wieder an eine Person weiter an. Vielen Dank.